Wenn Sie die Avid-Installations-DVD in das Laufwerk einlegen, dann erscheint in Windows die automatische Wiedergabe und Sie können das Welcome-Exe ausführen, um Avid Studio auf Ihrem PC zu installieren. Es erscheint das Installationsprogramm. Als erstes müssen Sie Avid Studio installieren, das ist die Software. Als nächstes können Sie dann sogenannte Plugins, also zusätzliche Video-Effekte und Filter und weiterer Bonus-Inhalt installieren. Diese beiden Punkte sind im Moment inaktiv, da als erstes Avid Studio auf dem PC installiert sein muss. Falls Sie das Handbuch öffnen möchten, dann klicken Sie bitte auf diese Verknüpfung. Um das Installationsprogramm zu beenden, klicken Sie auf diesen Knopf. Ich zeige Ihnen in dieser Lektion, wie Sie Avid Studio auf Ihrem PC installieren und allenfalls Konfiguration vornehmen können. Werden Sie also Avid Studio, um mit der Installation zu beginnen. Vielen Dank. Vielen Dank.